und da sind wir wieder zurück bei let's play war thunder mehr oder weniger beziehungsweise live commentary in war thunder ich heiße euch herzlich willkommen wir spielen heute bodenangriff auf dem afrikanischen canyon und ich habe heute natürlich mal die russische federation eingepackt bis jetzt seid ihr es ja gewohnt dass ich mit den deutschen fliegt falls ihr es überhaupt gewohnt seid aber heute mal mit den russen ich habe die auch schon auf level 6 1 halb oder so gespielt und ist eigentlich eine recht gute nation muss man sagen haben schöne flugzeuge da in letzter zeit auch ziemlich ziemlich viele neue leute quasi auf war thunder zugekommen sind und das spiel endlich angepackt haben und angefangen haben zu kämpfen quasi wollte ich einfach mal so eine kleine ja erklärung der der grundsachen die natürlich auch logisch erschließbar sind aber eine kleine erklärung der grundsachen wollte ich heute mal anfangen ich will gerne anfangen natürlich erst mal welches flugzeug weht man aus klingt vielleicht bisschen lächerlich wir haben perfekte wetter bildung natürlich erwischt klingt vielleicht ein bisschen lächerlich aber da sollte man echt aufpassen natürlich ja nur das flugzeug was auf platz 1 ist dass das nämlich als erstes auf der map ist es natürlich jetzt schlecht zu zeigen weil das viele berge sind aber nimmt nun mal nicht das flugzeug also nicht unbedingt das flugzeug was man gleich auf dem ersten die sage einmal hangar platz hat sondern man nimmt erstmal das langsamste flugzeug zumindest meiner meinung nach denn wenn man ziemlich früh spawnt oder wenn man überhaupt spawnt ist es natürlich so dass man mit einem schnellen flugzeug das ganz schön beschleunigung hat relativ schnell oder auch aus erster in die gegner mengen reinkommen das sollte man natürlich vermeiden man sollte erst mal die leute vorschicken die denken jolo er kennt ja die leute hier in war thunder die einfach in andere rein fliegen oder einfach mal die die viel viel mehr erfahrung mit diesem spiel haben und da ihr flugzeug schon so gut beherrschen dass er auch in gegner mengen quasi na los ich kriege ich jetzt alter wurde getroffen dass ich was auch in gegner mengen sich gut navigieren können was ein fail und ich bin nicht einer davon das muss ich ganz ehrlich sagen wenn ich viele gegner um mich herum habe dann komme ich schnell durcheinander und dann kann es auch mal kommen dass ich hin und wieder in den berg rein fliege gerade ist es sowieso so wenn ich live kommentiere könnte das auch mal öfters passieren dass ich in den berg rein fliege wenn man halt einfach nicht so voll konzentriert ist und ja wie gesagt erst mal ein langsames flugzeug nehmen danach könnte ein schnelles mit viel durchschlagskraft nehmen falls es das überhaupt gibt in eurem level oder in dem gleichen langsames zum beispiel die 2 würde ich bei den russen empfehlen ein langsames mit viel durchschlagskraft ich habe es jetzt gerade nicht genommen um einfach mal kurz ein bisschen wie der jagd 7 zu spielen ich bin noch relativ spät gespawnt weil ich ja noch das intro gemacht habe und das hier ist die sache worauf ich euch also worauf ich heute auch zukommen will hat jetzt perfekt gepasst mit der überleitung ich bin einfach gott ne quatsch und zwar frontal gefechte frontal gefechte ist das was ich gerade gesehen habe zwei flugzeuge ungefähr gleichen levels oder wie auch immer fliegen aufeinander zu man sieht hier schon wieder es passiert also ziemlich ziemlich oft in war thunder und ich wollte aber mal erklären wie sollte man sich verhalten um möglichst spät zu sterben in so einem gefecht natürlich erst mal die option höhe also erst mal ausmachen denken aha er kommt von oben ich komme von unten oder ich komme von oben er kommt von unten was ist denn jetzt so die beste möglichkeit wie sollte ich mich verhalten natürlich wenn ihr von oben kommt und er von unten habt ihr natürlich mal den höhenvorteil der höhenvorteil ist eine sehr sehr wichtige sache in war thunder klingt natürlich auch logisch denn wenn ihr frontal von oben auf einen zu fliegt habt ihr es viel viel einfacher die kabine zu treffen ihr seht hier oben das glas ist einfach viel breiter als wenn ihr von hier oder so angreift da habt ihr keine chance die kabine zu treffen und der pilot ist das verwundbarste an einem flugzeug deswegen in solchen gefechten immer auf die kabine nicht irgendwie auf die flügel dass die abfliegen oder so einfach auf die kabine schießen glaubt mir ihr werdet am schnellsten so ein flugzeug runter holen und das ist von oben war viel einfacher so jetzt mein motor gerade im arsch gegangen habe ich gesehen durch was auch immer ich höre das auch gerade nicht wenn ich getroffen werde weil ich halt nebenher laber so wir kriegen den jetzt hier trotzdem noch runter also wie gesagt einfach aufpassen na hier der kommt von oben sollte ich vielleicht wegdrehen wenn ich von oben kommt kommt immer noch auf ein flugzeug drauf an aha sollte ich jetzt wegdrehen weil er mit einer lag 3 oder mit einer mit drei kommt oder sollte ich nicht wegdrehen weil ich eben direkt drei habe und er von mir aus die spitfire oder so oder die bf 109 ja da muss man halt auch wieder unterscheiden generell auf welches flugzeug man geht das sage ich aber nachher noch da komme ich noch nachher noch dazu sollte man aufpassen wie man sich in den einzelnen gefechten auch verhält so schaffe ich die hier runter problem ist ich bin relativ unwendig haben noch wenig munition weil einfach mal mein motor krass am arsch ist na komm schon ich rede gleich weiter okay das wird nichts gut also wie gesagt einfach unterscheiden von wo kommt er wenn ihr auf gleicher höhe kommt was natürlich auch möglich sein kann dann müsst ihr wirklich ausschließlich auf flugzeug gucken oder eben auf eure kompetenzen vertrauen was allerdings das allerwichtigste ist auch gerade wenn er von gleicher höhe kommt fliegt nie zu weit auf den gegner zu wenn der gegner halt nah genug an euch also zu nah an euch rankommt und ihr würdet ihn vielleicht runter holen weil er nur noch 200 meter entfernt ist dann zieht runter am besten runter hoch ist da etwas weniger gut er zieht runter und lasst den über euch hinaus fliegen vielleicht habt ihr ihn ja schon so angehärtet dass er hinter dem berg hinter euch fliegt wer weiß aber riskiert es nicht das gegner flugzeug runter zu holen und dann in seinem frag rein zu fliegen leute dreht wirklich rechtzeitig weg oder dreht nach unten oder was auch immer es ist einfach sinnlos es ist einfach nur sinnlos geradewegs in das fragt rein zu fliegen und glaubt mir das regt auch ziemlich auf wenn man dann das flugzeug runter geholt hat und deswegen seine ihr zwei geschrottet hat ja ich versuche jetzt auch noch was ein paar frontal gefechte zu zu provozieren dass ich quasi ein bisschen stoff dafür habe hier zum beispiel eine pew fighter würde ich euch nicht unbedingt für sowas empfehlen p40 dann wohl eher wo die jäste grad von mir weg fliegt hier zum beispiel da das war man jetzt wollte ich den so ganz cool mit raketen runter holen ja wenn natürlich sowas großes auf euch zukommt dann natürlich raketen bevorzugen falls ihr raketen habt gerade die ist ja auch auf mich zugekommen hier jetzt habe ich es jetzt da natürlich dann die raketen bevorzugen wenn ihr welche habt gut dann was kann ich denn noch dazu sagen ja genau generell zum angreifen nicht nur für solche gefechte generell zum angreifen unterscheidet welches flugzeug mit drei okay könnt ihr für mir was ankreifen dann pew fighter nie leute verhindert es verhindert es ja an der pew fighter so nah heranzukommen dass er euch abschießen kann eine pew fighter ist so eine pew fighter ist ein eines der stärksten wenn nicht sogar das stärkste flugzeug okay das endet im wahnsinn hier was ich gerade mache ach du scheiße eine pew fighter ist das das stärkste flugzeug im spiel meiner meinung nach zumindest in den leveln und da solltet ihr echt aufhören euch damit anzulegen übrigens ich bin ziemlich gefickt dass ich das mal sagen darf ich wurde jetzt von zwei flugzeugen total auseinander genommen naja immerhin zwei flugzeuge damit runter geholt also wie gesagt verhindert an starke flugzeuge was ich auch nicht empfehlen würde eine il2 besonders nicht von vorne ran zu fliegen j 87 unbedingt nicht von vorne ran fliegen um gottes willen nein macht das nicht die hat 37 mm geschütze und die sind relativ präzise das heißt nicht so geil ebenfalls an die neue f5 von den russen oder fa5 fa5 war es glaube ich auch nicht als muss lernen welches flugzeug hat welche geschütze oder welches flugzeug hat wo seine schlachtsteller also dass das kann wirklich nur lernen ich wollte einfach mal die frontal gefechte jetzt am anfang auch ansprechen weil sie eben sehr sehr häufig passieren und weil sie öfters mal im verhängnis enden na gut das aber so viel dazu ich werde mich jetzt noch mit der hier auf die view fighter machen um einfach mal zu zeigen dass ihr eine view fighter nicht angreifen solltet und dann werde ich dieses commentary auch schon wieder beenden auch wenn die runde noch nicht zu ende ist aber ich werde es beenden weil die runde sonst zu lang wird dieses commentary ich hoffe ihr habt viel daraus gelernt ich hoffe die view fighter wird mich jetzt auch angreifen na sieht nicht so aus ich habe mich gut hinter sie gesetzt ah jetzt habe ich mich jetzt habe ich mich vor sie gesetzt jetzt schaut mal wenn die auf mich schießt was sie jetzt natürlich nicht tut weil sie da rechts weiter fliegt ach na toll jetzt habe ich mich hier umsonst geopfert ich wollte eigentlich zeigen wie stark die view fighter ist jetzt habe ich mich total umsonst hier fast geopfert mensch leute was man nicht so alles tut na okay ich versuche es jetzt na gut war leider nichts na gut dann würde ich sagen verabschiede ich mich einfach ich werde jetzt hier noch meine letzte mein schlechtes flugzeug meine lec 366 verspielen und die extrem geil aussehende mit drei übrigens noch kann ich euch noch ganz kurz zeigen die sieht echt extrem geil aus ich hoffe ihr konntet was hier ein bisschen raus lernen auch wenn ich meine gedanken nicht so ganz ordnen konnte schau ich das biest an geiler wie gesagt dann verabschiede ich mich tschau bis zum nächsten mal